Wir gehen jetzt mal rein in Rap hier. Wir gehen jetzt mal rein in Rap. So, das geht jetzt, das geht nicht mehr so weiter. Also, wir sind bei Asche. So, reicht jetzt langsam auch hier, ne? Mit dem ganzen Bam, Bam, Bum, Bum. European Gangster. So, dat ist das, was wir mal wieder hören wollen. Beat produziert von Mo8, M08 oder O. Ich weiß es nicht, ob es ein O oder ein Null ist. Keine Ahnung. Mixmaster Volker, Video von Orkan. Wo ist denn Producer? Machen die gar nichts mehr zusammen, oder was? Haben die nicht? Hä, ich verstehe gar nichts mehr. Okay. A ist eine Null, da bist du ja. Moin, produziert von mir ist eine Null. M08 heißt du also. Okay, perfekt. Let's go. Harter Drill-Song müsste das sein, ne? Boah, danke, ey. Oh, schön, danke. Ja, ja. Gib mir ein Chor, gib mir die 808s, Alter. Bitte, ich muss weg von diesem Young-Huren-Ding gerade, Alter. Meine Ohren, ne? Frische Blüten im Kuh, auf dem Pappplatz geht dir dein Turbo. Swap, Schatz, auf dem Turbo. Und der Bulle macht deine Nuten nur. Danke für die 808s. Danke, danke, lieber M08. Danke für die 808s schon mal. Danke. Auf dem Pappplatz geht dir dein Turbo. Swap, Schatz, auf dem Turbo. Und der Bulle macht deine Nuten nur. Meine Mahle brennt krass, doch die Bitsch dann super wie Julu. You've been Gangster. Meine Fattete Kumbo. Frische Blut. Junge, was machst du da? Was passiert denn da gerade? Boah, macht das Spaß, Mann. Was machst du da? Was hast du da gemacht mit dem Beat, Mann? Geil. Meine Mahle brennt krass, doch die Bitsch dann super wie Julu. You've been Gangster. Meine Fattete Kumbo. Frische Blüten im Kuh. Auf dem Pappplatz geht dir dein Turbos. Alter, was machst du da? Hört euch mal bitte die 808 an. Was passiert da? You've been Gangster. Janis hat das Kumbo. Frische Blüten im Kuh. Auf dem Pappplatz geht dir dein Turbos. Pappschatz aus dem Turbos und der Bulle macht deine Mumbo. Meine Mahle brennt krass und die Bitsch dann super wie Julu. You've been Gangster. Janis hat das Kumbo. Wumpel mir Rester. Okay, klang, klang. Geil, die Hook, Alter. Da ist richtig, ich habe keine Ahnung, was in der 808 da passiert ist, Mann. Da geht auf jeden Fall was hoch und runter, Alter. Keine Ahnung. Klingt auf jeden Fall brutal, muss ich sagen. Acht auf, Gaspers, Black to Black im Club rein wie Frank Sinatra. Bin umgeben von ständigem Drama. Meine Defense heißt Genki-Drama. Was heißt Genki-Drama? Was heißt Genki-Drama? Sinatra. Bin umgeben von ständigem Drama. Meine Defense heißt Genki-Drama. Meine Defense heißt Genki-Drama. Ja, ist auf jeden Fall die. Meine Damen. Im Mont Clermeyer. Die Frauen, die ich date, sind süß wie Papayas. Meine Ex, die bitte zur Karma. Ich kaufe für 10k Schuhe bei Prada. Du meine Kind schick, macht mir ein Schieb. Ey, warte, warte, was erzähl? Was? Du kaufst bei Prada? Was ist denn mit Asche? Asche ist ja richtiger Flexer geworden. Hier mit Louis Vuitton, Schal, dies, das. Ich kaufe Prada. Hat sich da was geändert oder so? Er ist auch unser Streetfighter oder nicht? Enchilada habe ich vorhin gegessen. Super, super lecker, Mann. Geschmack hat der Junge. Warte mal, warte mal. Hamada gab es, war da nicht auch mal? Ach nee, Hamada hatte, glaube ich, Beef mit Jigsaw war das, ne? Ach, Hamada, sagt er. Ja, ich bin ja auch. Warte mal, Mannequin Peace? Warte, ist das nicht aus Brüssel, dieses kleine Männchen, was da rumpisst, Alter? Keenbein schmeckt, wird dein Kopf zum Crop-Top-Chibe-Dach-Lack. Mache kein Cash mit Plat im Casino, nächstes Jahr spiele ich mein Leben im Kino. 2,23 gibt's widerstrecklich, bin der Beweis, Albino. Frische Blüten im Crewroll, auf dem Parkplatz geht dir dein Turbo. Swap, Schatz, aus dem Turbo, und der Bulle macht eine Mumu. Mein Mahle brennt Gras, doch die Bitch stand super Pichulo. European Gangster, Janis hat bitte Kumu. Oh, meine Ohren, Alter. Dieser Beat ist komplett brutal. Ich muss sagen, Asches Part war ein Brett bisher, Mann. Der Beweis und der Beweis und dann Albino, das war das Wortspiel, genau, ja. Ey, das kommt geil auf Drill, Asche. Also Part hat, ich fand Part sogar noch geiler, muss ich sagen, als Hook. Wobei aber auch Hook mit seiner tieferen Stimme hat auch gut gefallen. Also danke auf jeden Fall, ne, M08, Alter. Du hast bisher, glaube ich, so das Stärkste heute bisher mitproduziert, also produziert, geil. Warte mal, tanzt Asche? Warte mal, was? Wer ist das jetzt? Varia wahrscheinlich, ne? Oder ist das Cousin? Ist das Varia oder Cousin? Dein Sohn ist in Ordnung, denn er hat Vorsprung vor der Ortung. Das ist irgendwie geil. Digger, starker Typ, Alter. Wer ist denn das jetzt? Wer ist denn das jetzt? M08, wer ist das jetzt? Du bist da. Du weißt doch, wer wer ist. Ich sag dir ganz ehrlich, ne? Also das Chorsample zum Beispiel im Hintergrund macht den Beat, finde ich, gar nicht aus. Sondern ehrlich gesagt, das, was er daraus gemacht hat. Also wirklich, ey, die 808 ist ne Kunst hier drin, Mann. Das ist wunderschön. Wunderschön. Das ist Cousin. Ah, guck mal. Ah, Namen falschrum. Okay, das ist jetzt Cousin. Okay. Cousin. Aber geil, dass Asche und auch Cousin in den Parts ne höhere Stimme haben. Tatsächlich. Und in der Hook halt eher so die tiefe Stimme von Asche. Das ist ein cooler Kontrast auch. Aber, Digger, was du mit der 808 gemacht hast, das ist Kunst. Fappschatz aus dem Turbus und der Bulle macht einen Humor. Mein Nachhalle brennt krass, doch die Bitch dann super wie Culo. European Gangstops, Jan ist da mit der Combo. Dieser Tapestop macht mich so fertig, Mann. Wieder so runterpiechen und dann einfach wieder hoch geht, Mann. Hab ein bisschen rumgespielt mit den 808, musste aber viel umrum arrangieren, damit das so ne Einheit wird. Glaube ich dir, glaube ich dir. Aber hast du absolut gemeistert, Mann. Frische Bluten im Kuhroll auf dem Parkplatz geht dir dein Turbus. Fappschatz aus dem Turbus und der Bulle macht einen Humor. Mein Nachhalle brennt krass und die Bitch dann super wie Culo. European Gangsta, Jan ist da mit der Combo. Jungle ist Jungle, der Warrior kommt heute mit Daggerl. Mach nicht auf Wallal, Pum Pum bei Meschgal. Mescom, All Black, hinterm Hut hier ein Choddy. Der Warrior hat 9 hinterm Rücken, Siddar, Lewandowski. Seit Jahren in Deutschland, der Warrior hat immer noch keinen Fuß gefasst. Ich fand so ein Einstieg irgendwie, irgendwie, weiß ich gerade noch nicht so ganz. Weiß ich nicht, aber ich find, der hat irgendwie eine sympathische Art. Also, sympathische Aussprache. Art, weiß man, Aussprache. Nicht falsch verstehen hier, ne? Die Aussagen, die du tätigst, sind hoffentlich gut bedacht. Und Walla, nur Gott kann dir helfen, wenn ich in dein Guri platz. Vor 30 Mann, ich hab das Gefühl irgendwie, dass Asche sich komplett irgendwie, äh, äh, so voll auslebt, gerade auf diesem Beat. Ich weiß nicht, so auch so rein von seiner, seiner Mimik und alles, keine Ahnung. Ich find's geil. Wir voll der Fälle ist ein Eisen vergraben, drei meiner Neffen sind Kindersoldaten. Hörst du Schiss hin? In meiner Gegend ist das ganz normal, das nur Eskapaden. What ihr habt? Truppzeug, hundert Somalis im Konvoi, fahren nach Schweden, Cousin hat Stress, Kugelhagel, heute in Stockholm. Frische Blüten im Crewroll auf dem Parkplatz, GT3 Turbos. Das Happscherz aus dem Turbos und der Bulle macht einen Humor. Mein Machle brennt krass, doch die Bitch dann super wie Julo. European Gangster, Jánz satte der Krummer. Frische Blüten im Crewroll auf dem Parkplatz, GT3 Turbos. Happscherz aus dem Turbos und der Bulle macht einen Humor. Mein Machle brennt krass, doch die Bitch dann super wie Julo. European Gangster, Jánz satte der Krummer. Brutal. 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 Und hier haben wir den zweiten heute Abend mit einem Louis Schal auf dem Kopf. Er ist Lil Lano. Passt ja. Die beiden mögen sich ja. Und Ascha auch. Ich meine, wie gesagt, wenn da so ein paar Sachen nicht da wären, glaube ich, wäre das ein relativer Standardbeat M08. Also Core Sample, dieses typische Drill FX, Clap FX, sag ich mal. Also eigentlich ein Standard so, aber du hast da echt was Geiles draus gemacht. Ich muss sagen, Asche hatte den besten Part, finde ich. Danach, muss ich sagen, fand ich Cousin, war ja, weiß ich nicht, ich fand den von der Stimmfarbe her einfach nicht zu ähnlich zu Hook. Aber ich fand diese, diese, diese Abwechslung von, von den hohen, hohen Parts von Cousin und, ähm, und Asche, fand ich halt ein bisschen nicer zu Hook tatsächlich. Puh, Dankeschön. Es hat geballert, Mann. Puh, Dankeschön. Puh, Dankeschön. Puh, Dankeschön.